PRD ist stolz, ein neues Zubehör für die nahtlose Integration von pneumatischen Endeffektoren an kollaborativen Robotern präsentieren zu können. Vorstellung PneuConnect. PneuConnect ist ein pneumatisches Endeffektor-System, das eine nahtlose Integration für Universal Robots Roboter und andere kollaborative Roboter zu einem Drittel des Preises einer gleichwertigen elektrischen Variante ermöglicht. PneuConnect ist ein pneumatischer Endeffektor, der sich einfach an einen OR-Roboter anschließen und mithilfe der eingebauten Mac-Pneumatikventile, welche nur eine Luftleitung und den elektrischen Werkzeuganschluss des Roboters erfordern, steuern lässt. Das PneuConnect Paket umfasst den Endeffektor, eine Adapterplatte mit Ventilen, die direkt an den Roboterarm geflanscht werden und die UER-CAP Software, eine Anwendung, die auf den UER-Roboter angepasst ist. Das UER-CAP läuft innerhalb der UER-Steuerungssoftware, die eine grafische Benutzeroberfläche bietet und somit die Programmierung und Einrichtung durch das UER-Teach-Pendant zum Kinderspiel macht. PneuConnect und die entsprechenden Endeffektoren bieten analoge Sensorfunktionen, mit denen die Position der Greiferbacke oder die Identifikation der Teile direkt an die Roboter-Schnittstelle übermittelt werden können. Der Langhoop GRH-Greifer ist ein benutzerfreundliches und kostengünstiges Beispiel für diese Möglichkeit. Die Leistungsdichte der Pneumatik ermöglicht im Vergleich zu einigen elektrischen Alternativen ein überlegenes Verhältnis von Leistung zu Gewicht. Dies ermöglicht leichtere Endeffektoren, die weniger Nutzlast beanspruchen, welche ideal für ihre kollaborierende Roboteranwendungen sind. Bei richtiger Steuerung bietet die Sperrung der Druckluft eine Möglichkeit der Greifkraftsicherung. Das PRD PneuConnect-System ermöglicht eine nahtlose und kostengünstige Integration des Endeffektors, welcher sich einfach in ihre Roboteranwendungen implementieren lässt. Weitere Informationen zu diesem ORPLUS-zertifizierten Zubehör finden Sie unter phdinc.com.